Das erste Gast wird, Karin, du snackst mit, Klaas Döring. Klaas Döring ist hier sozusagen ein Hausherr, auch wenn er das Heimathus hier nicht hören hat und auch wenn er hier nicht in Worn hat. Man geht hier, besonders nur in Havs und Winter, jeden Tag in und out. Das Leben, vielleicht auch das Überleben von diesem neuen Ola Amalener Burenhus, hangt durch dich von seinen Ideen und seinen Spölen hier auf, hier und achtet die Bühnen. Wenn er nicht will, dann haben die Löw nichts mehr zu lachen. Wenn er kein golden plattdütschen Stück auswirken hat, dann bleiben die Löw achtet ihr Kiekkasten zu Hüssen und verlesen ein Goldstück von Amalener Volkskultur. Er hat einen guten Blick und Hand für das Insetten von seinen Schauspielern und Schauspielern hier auf der plattdütschen Bühnen. Und nur als Sie hören, sagt er dafür, dass hier das Zwischenordner Buren- und Heimathus sozusagen uns unser Theater von Amalent ist. Wir begrüßen von doch hier Spöhlbars von der Zwischenordner Spöldee, Klaas Döring. Vielen Dank.